Musik 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 Freunde Ich näher mich ganz langsam ab Ich hau schon ab Ich hab noch etwas zu machen Ach ja genau, Bücher wollen Gebt mir nochmal zwei Bücher Danke Es sind vier Danke Bitte Brüde Hallo, ich bin jetzt gerissen Scheiß Enchantment bekommen Für wie viel hast du Enchanted Äh 15 Soll ich mal mit meinen 8 versuchen Kacke, ich hab kein Level mehr Gib mir mal ein Ich hab einmal Projectile Protection 3 Und Feather Falling 2 Ey, wir sollten dafür eine Kiste mal machen So, wo die ganzen Dinge reinkommen Ah, der kommt aber in den Enchantment drum rein die Kiste Ja ja, aber wir haben noch leere Kisten Nimm mal davon ein Ähm, okay Ähm, okay NEIN Wo denn? In der Kiste In der Kistenkiste In der Kistenkiste Ja ja Wir haben eine Kiste für Kisten Was ist da drin? Kisten Ah 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 Ich finde die Kiste nicht wo Kisten drin sein sollen Das ist die ganz normale Die unten im Raum steht Ah Ich glaube da waren noch vier Stück drin Mach da doch ruhig ne Doppelgest Mach da doch ruhig ne Doppelgest Mach da doch ruhig ne Doppelgest Aber wir haben schon ne Enchantited Big Eggs Ich weiß, hab ich doch gesagt vorhin Letzte Episode Hab ich doch gesagt? Puh Wir brauchen noch eine mit Fronche Wie viel Level hast du? Ich hab 8 Ich hab trotzdem Bock Jawohl, jetzt gleich Oh, du dödet Was the one with that guy and shes? I'll grab photo in that book. I'll use that. Hold it forward, paycheck to, slash. Ah dear viewers. Now I am alone here with you. so ich enchanter ein holzblock Oh, Level 8 direkt. Sharpness 1. Son of a... Wo ist die Kiste? Die machen eigentlich... Warte, 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 warte. Ich hab kein Mal mehr zu warten. Mir reicht's. Wo packen wir eigentlich Quartz rein? In die Nether-Piste. Okay. Haben wir eine Nether-Kiste? Nein. Oh, scheiße. Wie macht man eigentlich die anderen Quartz-Blöcke? Quartz-Blöcke. Wie macht man die? Weiß ich nicht. Wie macht man die? Weißt du das? Ich hab gerade was gesagt. Weißt du das nicht? Jetzt reicht's mir! Ich hab schon ewig keine Mob-Farm mehr gebaut. Ich weiß gar nicht mehr wie das so effektiv geht. Ich hab nicht mehr so ganz... Ich weiß nur noch die von Open-Minecraft. Boah, die war riesig. Die hat nicht so lange gedauert. Die haben wir mit Pira gebaut, ne? Mhm. Ja, ich wollte sowas ähnlich sein. Mit so Spawning-Chromes. Ja. Das war die heftigste. Ich hab die übrigens... Ich hab die noch gespeichert auf meinem Laptop, ne? Nice. Die Welt. Krass. Stimmt, der hat mir den World-Downloader für Server, ne? Mhm. Oh. Ist ja echt. Sehr rodent. Ich spüre zwar eine leichte Ratiopathie, aber sonst... Oh, und das war's dann, ne? Jetzt zum Ende. Habt ihr gedacht, wir beenden schon. Ähm, okay. So, ich hab die Bücher hier in die Kiste getan. Okay, ich tu das auch sofort dazu. Kann man Bücher auch an Anvil packen? Hä? Ja, so Bücher fusionieren. Zu einem Buch? Jo. Nein, weiß ich nicht. Aber ich denke nicht. Boah, ich hab überlegt, dass die Wege dann hier hinführen. Hier an die Stelle so. Und das soll alles so überirdisch sein. Ist aber komisch, ne? Ich weiß. Was würdest du denn sonst machen? Unterirdisch, müssen wir viel, viel mehr abgraben. Ich weiß, aber sieht das nicht hässlich aus, wenn da so ein riesiger Klotz ist? Weil da kommt ne Farm drauf. Oder sowas. Und die wird auch noch an die Dinge jetzt angepasst. Ich check's nicht. Musst du nicht, musst du nicht. Also hier soll gleichzeitig ne Farm und ein Mob-Spawner sein. Die Farm könnten wir oben drauf setzen. Ich weiß noch gar nicht. Ich hab erstmal nur ne Fläche. Ja, ja. Das sagen sie alle und dann sind sie schwanger. Ach, ich bin schwanger. Sorry. Tö, tö… Tö, töt. Tö, töt. nein im ich weiß gar nicht wie immer eine Iron Golem Farm macht da hast du dann so gut wie Unlimited Eisen irgendwie ja ich weiß nur nicht wie es das geht Miniter komm hier auf der Fläche Nein. Ach, du willst deinen scheiß Turm da nutzen? Ich hab ja noch gar nichts gebaut. Wipo 1. Oh, trifft er mich erst mal. Oh, was? Come at me, bro. Nein. Come at me, bro. Schaut mal, nicht durch die Zäune schießen können. Hör auf, dich zu healen. Okay, ich mach da das gleiche auf. Fuh, fuh, fuh. Was machst du da die ganze Zeit? Oh, ich hatte dich getötet. Jo. Du hast mich immer gut getötet, Alter. Ja. Du bist ja auch ein Noob. Sobald ich aber mein, äh... Sobald ich ein Dia-Chester habe, mach ich da Projectile Protection drauf. Ja, guck mal, du hattest noch ein extra Play, ich nicht. Ach so, das geht's noch nicht mehr weiter. Ich hätt' ich auch noch mit Sword fighten können, Alter. Ich hätt' ich auch. Fräutchen. Kein Scherz mehr. Du hast halt die gute Enttapments auf deinem Sort, ne? Was? Nein. 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 Was denn für welche? Smite 2 und Fire Aspect 1. Oh, ich hab, äh, Sharpness 1. Oh, danke. Don't lose it. Oh, das ist besser als meins. Bis auf Fire, das ist ganz okay. Äh, das ist wirklich cool. Aber ein Schwert bricht dir doch nicht viel. Hm. Episch ist Bow Battle. So, irgendwo bist du hin? Ich spiel in der Nether. Warum? Ich wollte ein bisschen Level sammeln. Für Bücher. Dein Turm meintlich Fortune, krieg mich für diese Dias da wegkönnen. Ja, ist so. Ich hab bald ein Level. Ich glaub, man hat's noch nicht bald schon mit, aber ich versuch's. Haben wir noch irgendwo Bücher? Äh, ich hab eins. Bei mir. Haben wir sonst noch irgendwo welche? Aber wir haben ja ganz viel satt, das heißt, wir können Bücher machen. Aber das überlebe ich, komm, komm, komm. Boah, ein Herz. Wow. Oh, das ist ein Level. Du, 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 du. Ein Level. Ein Level. Wie ist sie so schnell? Ich hole dich. Ein Vieh, um ein Scheiß Level zu bekommen. Und Level 3. Da sind die. Ich bin bei Level 1. Da hinten müssen. Da hinten müssen. Ein Gas. Ich kann nicht 1 hinten. Oh, der Herrweg. Da ist Level 1. Das war ein paar Wälder. Das war ein paar Wälder. Daddler. Hab den, hab den Gas. Die sind eigentlich richtig schwach. Die haben ja irgendwie nur 10 Leben. Oh. Ich will endlich mal ein Achievement bekommen. Welches? Äh, Enchanter. Ja. Du musst ein Ding jetzt machen. Hä? Ein Anvil. Nein. Doch. Nein. Ein Anvil. Hier. Ja. Du musst ein Anvil bauen. Oh, Junge, hör auf. Das geht richtig in den Bus. Wieso? Ja, ja. Und das ist in der Recall eigentlich nicht so doll. Ja. Ja. Ich weiß, aber es geht gerade bei mir nicht. Ich kann mich in den Nennern nicht spielen. Ich kann mich in den Fall verschieben auf gleich. Ja. Okay. Ich hole ein bisschen sattbar machen und Bücher. Oh, das ist sattbar. Ja. Oh, hier war's nicht so. Das war richtig viel übersehen. Na? Du warst schon mal. Aber weißt du, wo ich lange laufen bin? Weil hier war ein Lava-Becken und die Quartz-Drecken. Nee, der Lava-Becken wurde nicht abgeworfen. Daneben ist gleich großlau. Äh, das war ich nicht. Ich bin schon wieder Level 8. Ja, ich glaube 1. No, man. Wir müssen uns, glaube ich, ganz schnell um die Mob-Warm kümmern. Was? Wir müssen uns, glaube ich, schnell um die Mob-Warm kümmern. Ist so. Und wir brauchen mal eine Stru- Oh, ich sehe eine Structure. Ne, jetzt wirklich. Ja, ja. Jetzt ohne Witz? Ja, den Wicker-Wit ist irgendwie sehr hart, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja, der Skelly ist dead, Alter. Ich habe gar nicht daran gedacht. Wir müssen ja auch noch irgendwie enden. Oh, dafür müssen wir Stronghold finden, Alter. Ist so. Ich muss mir hier dann mal Waypoint machen für diese, äh, für die Structure da hinten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komme da nicht dran. Oh mein Gott. Ich komme da nicht dran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben 21 Bücher ausgemacht. Ich habe schon 16 Level. Ich war immer noch 1. Oh mein Gott. So, aber wenn ich jetzt gleich wiederkomme, müssen wir feuten. Wo war ich jetzt Nether Bricks hin? Äh, Nether, äh. Ach. Da oben müsste ne Nether-Kiste sein. Nether Quads. Ja da oben ist ne Nether-Kiste in der Butze. Ist die auch so beschriftet? Ne, die ist glaube ich irgendwo an der Ecke. Eine von den Äußeren. Oh, hier ist ne Gast Tier. Das ist in der Loot-Kiste. ich habe erst mal jetzt so 1 2 3 4 5 5 über fünf und halb stecks sports da eingetragen jetzt gleich wiederkommen entschädigt ein buch für ich glaube 19 oder 20 lehrer ich sete jetzt ein buch für einen da ist noch mehr kurz ich packe die bücher einfach mal in die kiste ich wollte doch noch einen wendepoint ah protection 1 schauze ganz schnell ich darf nicht sterben nooo ich habe nur protection 1 bekommen was? ich habe nur protection 1 bekommen was latest death kann ich denn ändern in nether struktur ach äh nur für die nether fahre so dann oh kann ich den nicht ey jetzt müssen wir zweimal fighten ok also auf die fläche nein ach stimmt ich immer vergess immer mit diesem fight willst du nicht erst enchanten? ne ne jetzt komm ey oh oh das zählt nicht ich werde attackiert von spinnen ja das zählt wohl quatsch ich verfolge schon wieder eine ich weiß nicht ha ich bin hart am schippen nicht nicht 嘛 POP nein ich habe doch überall so Fahrsassdinge разгogen ä� ich bin tot ahhh au aa apter ah ach so nochmal noch applied direkt adventure Das kann zwei machen. Hail to the King. Boom. Oh, ich bin vom Server geflogen. Warte, jetzt geht weiter. War gerade vom Server geflogen. Da ist es mich noch. Hörst du mich noch? Oh, jetzt hörst du mich wieder? Oh, you're going down, dude. You're going down. Oh, not. Ich bin tot. Zwei in zwei Kämpfen gewonnen. Du bist auch zwischenzeitlich disconnected und so. Ich weiß, ich bin aber direkt wieder da gewesen. Und hier liegen überall deine brennenden Pfeile. Ich bin einfach viel zu verliert gerade. Ah. Also was du hier merken kannst, ist, zweimal habe ich gewonnen. Ja und? Ich habe auch keine Mühe gegeben. Ich habe keinen Knallen. Ey, du hattest noch eine Iron Chestplate. Waypoint, Base, Tempo. So. Wo sind wir? Wo machen wir? Hallo erstmal. Ich wollte ja enchanten, ne? Ja. Oh, puh, ich sollte noch vielleicht eins töten? Ist hier... Ah, egal. Dann mache ich 19 Level. Obwohl mir da wirklich ein Millimeter fehlt am Ende. Ja, dann macht eben was tot. Wir sind überall Monster. Oh, der ist geist. Silestlich. Ich töte eine Kuh. Oh, Level 20 und ein Fitze. Nein, ich bin Level 2. Oh. Ich gehe eben woher denn? So, Level 20, komm schon. Oh, jetzt habe ich Level 19. 14, 9, 13, 17, 11, 19, 11. 12, 11, 12, 15, 19, 7, 17, 15, 20. Oh, kribbel. Ich habe gerade direkt 20 bekommen. Also echt? Als Möglichkeit das auszuwählen, ja. Da war auch 20. Da, 20. Und Efficiency 3. Vielleicht sollten wir es mit den Büchern lassen. Und was sollen wir dann anstatt der Bücher machen? Ich weiß es nicht. Um unser Leben kämpfen wir, wäre das. Jetzt habe ich Power 1 bekommen. Waypoints, Fight, Teleport 2. Deine heißt auch Fight. Ich stand da gerade. Deine heißt auch Fight, dein Waypoint. Ja, ja. Haha. Wir haben beste Bots. I hit you. Son of it. Verdammt bist du so gut mit dem Bogen. Weiß ich nicht. Ich schieße einfach. Das mache ich gern und so. Ich muss mal wissen, wie viel Feile ich noch habe. Haha. Ich habe noch 8 Feile. Oh, kacke. Du gewinnst dieses Mal. Wie kannst du mich töten, Mann? Hey, mit einem halben, beziehungsweise einem Herz. Und als du runter kamst, hatte ich ein halbes. Boah, Junge. Ich habe schon wieder gewonnen. Ey, dann check ich es aber nicht. Ja, dann hast du das Feuer nichts sehen. Scheiße. Was hast du nicht? Ja, ich muss Distanzkampf machen von jetzt an. Knobbel, von jetzt an gibt es keinen Nahkampf mehr, weil ich durch das Feuer nichts mehr sehe. Durch das Brennen. Iii. Nyo, nyo. Ist hier noch ein Ofen? Egal. Ähm. Was wollte ich machen? Ich wollte dir sagen, dass unsere Aufnahme noch ein paar Minütchen läuft. Und hier nicht einen Bogen. Okay. Wir haben einen Bogen aufgesammelt. Ja, ja, ja. Meinen Bogen? Nö, nö, nö. Das wäre schlimm. Ich muss einfach ein bisschen besser bauen. Bisschen was adden. Meinst du deine Base? Guck mal, ich starte mit nix. Ich starte da mit nix. Wo ist denn die ganze Kohle hin? Ach, du hast dieses direkt. Das ist die Fauschkies. Die nehme ich mir mal eben mit. So, so viele Kämpfe diese Runde. Diese Aufnahme. Aber komisch, ne? So oft friert ihr seid mit euch und dann auf einmal die ganze Kämpfe? Es glaube, der Timer führt fast im Zillen. Also ... Wie? Oh ... Fö ... Wie ... Fö ... Fö ... Fö ... ? ... ... Fö ... Hier, so 1, 2, 1 So 1, 2, 3 So Hier muss der auch. Oh nein. Und dann hierzu. Was? Was ist denn da los? Wie läuft der nicht richtig, glaube ich? Bist du das? Nein, ich bin da. Also ich bin hier am Zeitstand. Ich bin hier gerade meine Sachen am bauen. Ich meine... Ich teste nur mal immer. Zwei Mal kämpfen in euer Leben. Ne, ne, ich habe es dir jetzt eingetippt. Was? Ich tippe du noch die Z-Tipps. Das ist nur ein Witz, ne? Alter! Was? Zwei Witz, Mann. Hätte ja sein können, weil du gerade eine neue Struktur hast und dann... Aber es ist nur einmal fighten, ne? Mhm. Weil ich habe hier so gemacht, ne? So, ne? Ich meine so. Also... Hallo! 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 Das ist unfair, ich habe nur sechs Beile. Wie close war der? Keine Ahnung, ich habe mich gesehen. Oho! Du guckst euch den großen Jungen an! Mhm. Ich kann ja auch den ganzen Tag stehen bleiben, um ehrlich zu sein. wie rein. Wo怖. Ich muss was essen. Also ich muss was essen. Boam! BAM! BAM! Ich bin nicht so gut im Ziel hier... BAM! Ui, ich hab noch... EIN Pfeil, Kecke! Ich bin im Moment an meiner Adventure... sowieso an meiner Adventure am Arbeiten Da geht man ja zum perfekten Bogenschütz bei Oh, ich hab dich erwischt Hä? Das zählt jetzt aber... Ach! Ah, du hast mich! Puh! Hab ich gewonnen! Jedenfalls, bei meiner Adventure, an der ich gerade arbeite, wird man zum ultimativen... Bogener Ne, also ich arbeite wirklich so darauf hin, dass man... Also die Map, die ich baue, die... Ist dafür ausgelegt, dass man in verschiedenen PvP Sachen gut ausgebildet ist Hm? Ja... Hm... Von daher... Hm? Kannst du dir mal spielen, wenn du willst Hm? Äh, und wir müssen jetzt beenden Oh, okay Ciao! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao!